Damit wir es ein bisschen heimlich haben, tut sich jeder Chauffeur, hat ein bisschen ein Spleg, damit wir uns Leder erinnern und schönere Vorhänge und da sollte man halt dann die Schuhe einsteigen in den Lkw. Bei der Firma Strauss arbeitet ich seit 1990 und es passt. Strauss ist ein cooler Arbeitgeber. Wir setzen ganz stark auf Gemeinschaft. Mir persönlich ist auch sehr wichtig, immer ein offenes Ohr für alle Mitarbeiter zu haben. Es ist notwendig, die ganze Bandbreite an Meinungen im Unternehmen zu sammeln, um sie auch dann in die notwendigen Entscheidungen mit einfließen zu lassen.